So, aufgedärmt hat er jetzt auch was wichtig ist da die Königstich in meiner Schule mal raus gehen, aber wir hatten es ordentlich. Ein Gebets! Wir brauchen jetzt hier, das Sicherheitszeug ist ganz, aber wenn wir das nicht einfach nachholen und wir müssen da arbeiten, müssen die Gegner gar nicht, wir müssen die Gegner gar nicht mehr verlieren. Also wie gesagt, das Sicherheitszeug ist nicht mehr für eine Erwachsener ein. Was ich ziehe! Das ist ein bisschen zu Hause, wo ich das nicht mehr aufhören muss. 10, 7, 9, 6, jetzt geht's.